Herzlich willkommen zu diesem Video, schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Nick Gegelner und wir sprechen jetzt darüber, wie du mit deiner eigenen Social Media Agentur über 10.000 Euro pro Monat verdienst. Nun, warum dieses Video, warum zu diesem Zeitpunkt? Einfach aus dem folgenden Hintergrund. Wir haben unsere eigene Ausbildung, die Social Media Agentur Academy, wo wir vielen Leuten dabei geholfen haben, sich wirklich ein 5- bis 6-stelliges Jahreseinkommen zusätzlich aufzubauen. Und primär kommen viele Agenturen, die gar nicht bei uns in der Ausbildung sind, zu mir und fragen mich immer wieder, Hey Nick, was sind deine besten Tipps, Nick? Was kann ich machen, um auf 10.000 Euro im Monat hochzukommen und so weiter? Und ich habe alle unsere erfolgreichsten Teilnehmer interviewt. Ich habe mit denen gesprochen und habe einfach festgestellt, was machen die alle gleich? Und habe dabei natürlich festgestellt, dass wir die gleichen Dinge gemacht haben, um auf 10.000 Euro pro Monat zu kommen. Und die möchte ich jetzt hier mit dir teilen. Und zwar ist der erste wichtigste Punkt, den du brauchst, Marge. Das heißt also, es kommt darauf an, an wen verkaufst du was konkret und wie viel Marge hast du dazwischen. Denn du kannst beispielsweise rausgehen und du kannst Tischaufsteller verkaufen an Restaurants für 200 Euro im Monat. Deine Marge liegt dann, nachdem du ManyChat oder Chatfuel gezahlt hast und auch beispielsweise die Flyer etc., je nachdem, was du für einen Deal hast, bei 150 Euro pro Aufsteller zum Beispiel. Dann kannst du dir natürlich ausrechnen, wie viele Aufsteller du verkaufen musst, um auf 10.000 Euro im Monat zu kommen. Du kannst genauso aber auch hingehen und kannst jetzt an Immobilienmakler beispielsweise eine Landingpage für 2.000 Euro verkaufen. Dann kannst du on top nochmal für 2.000 Euro Werbeschaltung verkaufen und liegst dann bei 4.000 Euro. Nun, wie viele Kunden brauchst du dann effektiv? Naja, genau drei, dann bist du schon bei 12.000 im Monat. Marge fast 100%, also ein paar kleine Kosten hast du, mehr nicht. Das heißt also, die Frage ist, machst du Massengeschäft, verkaufst du ein kleines Produkt mit natürlich hoher Marge, aber verhältnismäßig kostet es nur ein paar hundert Euro, musst du natürlich viel mehr verkaufen, als wenn du jetzt einen Auftrag machst, da 10.000 Euro oder zwei, drei Aufträge machst, die dich 2.000 bis 4.000 Euro dir reinbringen. Das heißt, das ist der erste wichtige Punkt. Das heißt, das Ziel ist es natürlich, von deinen Preisen her hochzugehen mit der Zeit und natürlich zu gucken, wo kannst du teurere Produkte platzieren, wo dir mehr Geld übrig bleibt, dass du weniger Kunden brauchst, um mehr Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch weniger zu tun nachher effektiv, weil du weniger Kunden managen musst und dabei trotzdem die gleiche Summe verdient. Das ist aber eine Sache, wo man sich hocharbeitet. Die meisten fangen klein an mit 500 bis 1.000 Euro Aufträgen. Dann trauen sie sich mal für 1.500 abzurechnen, für 2.000 abzurechnen. Und hier ist genau der Punkt, es kommt nicht unbedingt darauf an, was dein Kunde bereit ist, dir zu zahlen, sondern es kommt darauf an, was traust du, dich zu fordern und wie sehr glaubst du an dich selber. Umso mehr Selbstvertrauen du hast und umso mehr du an dich und das, was du machst, glaubst, umso eher traust du dich, höhere Preise abzurufen beispielsweise. Also Patrick, sein größter Deal, den er gemacht hat, waren 480.000 Euro auf zwei Jahre. Das heißt, 240.000 Euro, die er im Jahr gekriegt hat, 20.000 pro Monat nur von einem Kunden. Sein zweitgrößter Deal lag bei 12.000 Euro pro Monat, die er über drei Jahre abgeschlossen hat, beispielsweise nur mit einem einzigen Kunden. Und woher kommt das? Glaube, Selbstvertrauen und natürlich das Hocharbeiten dahinter. Das heißt, es ist eine einfache Rechnung. Die zweite Sache ist, du musst deine Schlagzahl hochdrücken. Das heißt, du musst ständig in Bewegung sein, ständig neue Kontakte machen und Multiplikatoren finden. Am Anfang ist es so, du bist dein einziger Multiplikator. Das heißt, du fängst selber an, Akquise zu machen. Du schreibst Nachrichten, verschickst Briefe, gehst in Läden rein, beispielsweise machst Kalterquise am Telefon und probierst noch andere Sachen aus. Das heißt, du bist deine einzige Quelle, von der neue Kontakte, neue Gespräche reinkommen. Das Ziel ist es jetzt, Multiplikatoren reinzubringen. Das heißt, unabhängig von dir noch mehr Gespräche reinzukriegen. Entweder indem du einen Mitarbeiter einstellst, der für dich telefoniert oder Nachrichten versendet. Indem du beispielsweise mit anderen Agenturen kooperierst und ihr euch gegenseitig Aufträge zuschiebt. Indem du ein Funnel aufbaust und Facebook-Ads beispielsweise schaltest. Indem du Aufträge mit der Regierung beispielsweise machst. Der Dominik Hofer, einer unserer erfolgreichsten Kunden aus Österreich, der macht beispielsweise Regierungsaufträge. Das heißt, er kriegt dort vom Land direkt, kriegt er Aufträge zur Digitalisierung, die das Land bezahlt an ihn. Und er führt die dann aus, setzt sie dann um. Das heißt, das Land Österreich ist der Multiplikator für den. Und du kannst in den BNI gehen, du kannst mit der IHK kooperieren und mit Haufen anderen, die Multiplikatoren für dich sind, die dir Empfehlungen reinbringen oder für dich eben aktiv sogar Akquise machen. So, wenn du diese zwei Sachen hast, das heißt, du traust dich mehr zu nehmen, höhere Preise zu verlangen bei weniger Kunden. Und das zweite ist, du drückst deine Schlagzahl hoch. Dadurch, dass du neue Multiplikatoren reinholst, kommst du viel, viel schneller auf 10.000 Euro pro Monat und darüber hinaus. Die ersten 10.000 Euro pro Monat zu verdienen sind auch relativ einfach, weil du eben entweder durch wenig Aufträge dazu kommst oder dadurch, dass du Multiplikatoren hast. Meistens schaffst du es auch alleine. Und dann geht es darum, aus dem allen Ressourcen, die du dir jetzt aufgebaut hast, ein lineares System zu machen. Warum linear? Weil wenn du exponentiell wachsen möchtest, das heißt, du möchtest 50.000, 100.000, 150.000, 200.000 pro Monat beispielsweise verdienen, dann brauchst du ein lineares System, was immer wieder funktioniert, wo man einfach nur vorne mehr reinschiebt, damit hinten logischerweise mehr rauskommt. Aber es muss eine Linie sein, ein sauberer Prozess. Da kommen die Leute rein, das passiert dann, 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 so, so mit einer und derselben Dienstleistung oder halt zwei, drei Dienstleistungen, die linear sind. Ja, und genau so kommst du mit deiner eigenen Agentur auf über 10.000 Euro pro Monat. Wenn dir das Video gefallen hat, lass den ganzen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dass du nichts mehr verpasst. Ebenfalls findest du unten einen Link in der Beschreibung zu einem kostenlosen Training von uns, wo wir dir ganz genau unsere drei exakten Schritte zeigen, mit denen wir unsere eigene Agentur aufbauen und Firmen dazu bekommen, uns 1.500 bis 4.000 Euro im Monat zu bezahlen. Und das komplett als Anfänger, ohne große Startkapital, Mitarbeiter oder Erfahrung, wie du damit richtig loslegen kannst, das findest du unten ebenfalls in der Beschreibung. Und an der Stelle freue ich mich darauf, dich im nächsten Video zu sehen. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.